Wo kamen die denn her? Ja? Ja? Okay, Lukas denkt, wir werden hier angegriffen, weil wir auf dem richtigen Weg sind und die wollen uns aufhalten. Lukas, komm, 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 komm weg da. Lukas. Doch, jetzt. Ah, der Ärmste. Wer das passiert hat, wenn man die ganze Zeit nur im Keller rum sitzt. Lukas. Das ist es. Das ist woher ich meine Mutter sterbe. Aber Arthur sagt, sie ist still alive, nicht? Ja. Aber das ist Paul Lambert. Er muss die Hütte anstatt von ihr. Sie... Sie ist still alive. Aber... Aber sie... Ich weiß. Think of dein Bruder. Wir müssen weitergehen. Na gut. Also ist der... Gestorben. Der da gerade am Boden lag und hat die Mutter beschützt. Dadurch hat die Mutter überlebt. Wir haben ja gedacht, dass die Mutter und der Vater tot sind. Er nimmt mich zurück in meine Kindheit. Oh, das ist gut. Denn wir werden deine Erinnerungen brauchen dann. Meine Mutter wollte nie, mich hier runterkommen. Sie sagte, es war gefährlich. gefährlich für sie, ich bete. Du hast noch nichts gefunden. Nein. Und ich war wirklich gut an der Suche. Es gibt zwei von uns diese Zeit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Okay, was ist das hier? Dann mal. Dann können wir was machen. Okay. Also irgendwie wird es jetzt ganz wild hier. Wenn wir das wegschieben, haben wir doch dann eigentlich das Problem, dass wir... Hochwarten lassen. Dass wir ähm... die Rat reinlassen. Oder? Rat, Samitia! Wenn du ihn auf dem anderen Seite des Lichts blockst, dann wäre es frei, um es zu gehen. So, da kommen jetzt viel mehr an. So, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht dann doch... ...gefährlich werden könnte, wenn die hier reinkommen. Und ja, ich hab's schon mal versucht und der Lukas wurde gefressen. Aber ich hab's rausgekürzt. Wollte einfach nur noch mal... ...das angemerkt haben. Dann mal, da liegt noch was. Kann ich jetzt wahrscheinlich aufheben, dadurch, dass ich jetzt gerade was gebaut hab. Gut, okay. Also, ich hab das jetzt mal so gelöst, dass ich die Ratten einfach anlocke und zerstöre. Keine Ahnung, wie das sonst gehen würde. Diese vier Skulpturen... ...da ist ein Feuer unter dem, ...so wir können wahrscheinlich auch die anderen lighten. Hm? Es muss einen Weg, um sie zu kommen. Okay, erst haben wir irgendwelche Symbole. Passt. Der Schlange? Das hat mir ein paar Nachtmärchen gegeben. Schlange. Frosch? Der Toad. Wie so ugly als immer. Oder halt die Kröte. Der Schwan. Der Schwan. Der Schwan. Oh, Leon. Mein herzlichen Hund. Ich hoffe, du bist glücklich, wo du bist. Lucas. Ein anderes Fresco. Eine ängelte Frau. Aber das ist nicht alles. Schau, neben ihr. Es ist... ...eine Art Alembik, oder? Genau. Sie ist ein Alchemist? Genau. Die Alchemie hat oftmals been compared ... mit der Imprägnation. Und die Kröte, oder die Köln, ... mit den Eutris. Äh... Oder vielleicht ist sie nur ein Alchemist. Aber nicht nur. Dieses Tempel... ... ist deiner Mutter. Und es ist nicht nur eine Wahrscheinlichkeit, dass es eine Frau ist. Es ist ein wichtiges Ort. Ja. Hier ist das Symbol. Die Schläge sind in. Ich denke, du kannst durchlaufen. Ich gehe runter. Bleib hier. Alles klar. So. Ich kann da jetzt nur drauf rumlaufen, weil halt Licht von unten kommt und die Ratten mir nicht nachlaufen. Oh. Great. Hey. Was sieht es da unten aus? Ein Nest. Sie sind alle rund um mich. Und ich kann nichts sehen. Mist. Zünd mal an und guck mal, wie weit ich wohin komme. Let's go. Ich versuche dich zu beurteilen. Und wie möchtest du das tun? Das Licht. Ich werde nicht nachdenken. Good luck. So, warte mal. Dann los mich mal. Sonst verlaufe ich mich hier nur. Jetzt. Boah, sag irgendwas, Lukas. Soviel zu dem Thema. Der anderen Seite möchte ich jetzt auch eine Anweisung von dir haben. Toll. Und jetzt? Wohin? Du bist so ein Held wirklich. So. Anzünden. Jetzt gehen wir bald hinten lang. Hier hat er noch nichts gesagt. Ja, bloß die geht irgendwo mal aus, die Fackel, du Held. Held. Wo lang? Doch das war's. Darf ich nicht zu gierig werden, sonst geht mir das aus und ich bin Rattenfutter. Mal zurück. Jetzt mal, wenn ich mich so ein bisschen gefühlt verlaufe, sollte ich vielleicht nochmal einen Rückzug starten. Und dann einfach deswegen, weil ein Stock brennt halt nicht lang, ne? Das ist halt... Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ein Problem. Das ist eine Abnahme. Alles ist ein Littes. Du kannst zurück nach Hause. Ich muss nachher raus. Du bist jetzt schon fast. Danke Lukas. Du hast mich wiederholen. Ich weiß nicht was zu sagen. ok immer die runde rum ich nehme jetzt auch trotzdem einen stock mit so und gehe dann hier wieder hoch kann ja nicht schaden so das heißt alles andere wurde erwähnt aber der löwe halt nicht und deswegen muss hinter dem löwen was sein da war jetzt wohl ein schalter dahinter wo ich sehe nichts ok sagt er mir jetzt so ganz kurz wir haben den family tree aufgehoben genealogy is an ancient tradition upheld since the time of the egyptians and mentioned in the bible it was long reserved for the rich and mighty and underwent a major evolution starting from the 11th century serving to prove lords nobility or the absence of kinship of married couples however given the wealth power of their clients it's not uncommon for some genealogists to prefer financial gain over accuracy naja kann also auch mal sein dass so ein stammbaum dann nicht ganz akkurat ist sondern um so 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 Gut, wenn wir schon mal dabei sind, werden wir jetzt einfach mal kurz den Sprecher von Lucas einblenden. Musst du das schon bitte übernehmen? Danke. Und dann können wir mal gucken, wer ihn synchronisiert hat. Ich hoffe, dass er ein bisschen mehr Projekte am Start hat. Das war jetzt ja bei der Charlotte McBurney und dem Logan Hennon jetzt nicht ganz so einfach, da was zu finden. Weil, ja, die sind halt alle so noch Kinder, die das synchronisiert haben und daher haben die halt viel weniger Projekte halt, die sie irgendwie in der Liste haben. Da ist auch eine Feuerschale. Ich würde das gerne anzünden, ich weiß noch nicht, ob... Ach, egal. Passiert da irgendwas? Nein. Na gut, dann zur Box mal. Mit dem Phönix drauf. Was? Lucas? Amber-Fragrance. Wahnsinn. Spend es raus. Was auf der Erde ist es? Die Kür für Hugo. Sie machte Projekte, aber sie hatte nicht Zeit, um es zu Ende zu haben. Du meinst... Die gleiche Kür, die... Ja, oder ohne das Buch. Es ist unglaublich, dass sie das so weit zu bekommen hat. Nicht fallen lassen. Also vielleicht können wir es selbst nutzen. Mit dem Buch und meiner Präparation, ich denke... Ich denke, ich werde es vielleicht beinahe, zu Ende zu haben. Du siehst, du bist zu einem guten Start. Magister? Warum hat sie mir nicht gesagt? Ich hätte es entstanden. Ich hätte... Ow! Ich hätte das gleiche getan, Amicia. Sie war ein Alchemist. Und, du weißt, ihre Mutter schützt unsere Kinder, nicht wahr? Äh, Ratten. Oh, nein, nicht jetzt. Wie werden wir hier rauskommen? Verst du es. Wir haben einfach die Kürze. Ich werde sie zurückziehen. Ich glaube nicht. Warum jetzt? Wir müssen uns weitergehen. Ich lebe. Meine Mutter hat die Sonntag. Sie hat die Torch gefunden, aber sie hat sie nicht gewöhnt. Es macht Sinn. Sie sind Symbol. Sie war für den missingen Element. Aber das Buch sagt, Was für ein Ding? Ist da was drin? Nein. Wo muss ich jetzt hin? Das habe ich ja super positioniert! Weg von mir! So er ist hier am machen und ich versuche irgendwie rauszufinden wo ich hin muss. Da könnten wir mal probieren ob das irgendwie Sinn ergibt. Nein, habe ich nicht. Da? Es gibt zu viele Pots, Lukas. Ich weiß nicht, welcher oder welcher. Find den, der wirklich stinkt. Alles stinkt. Ich bin nicht sicher, dass mein Nacken die Unterschiede werden können. Oh Gott, das ist absolut... Komm, komm, komm. Geh bitteschön. Nimm! Geh bitteschön. Geh bitteschön. Geh bitteschön. Geh bitteschön. Geh bitteschön. Geh bitteschön. Sie kommen zurück! Wir sind da! Ich komme! Wir sind noch immer noch etwas zu öffnen. Wir müssen noch etwas zu öffnen, um sie zu öffnen. Der Brich, Yeramesia! Du musst den Weg von mir aus der Stilz entfernen. Okay, dann. Wir kommen zu den Stilz. Da hin. Okay. So, dann drehen wir mal die Lampe und gucken, dass wir... ... ... ... ... ...